Und damit Zeitgerüst, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und Ängladung zu einem neuen Part Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Das gab es in letzter Zeit ziemlich häufig. Kommt mir zumindest so vor. Ich weiß nicht, ob es euch auch so vorkommt. Wahrscheinlich nicht, weil ich dazwischen noch ein paar Videos dazwischen geschoben habe, aber ich nehme das jetzt hier schon. Ich habe auch kurz zu zählen. Ich nehme in letzter Zeit eigentlich gefühlt fast nur Pokémon Let's Go Evoli auf. Aber von mir aus, es soll mir recht sein. Finde ich gut das Spiel. Soll es mal vorangehen. Okay, hier sind wir nicht dort, wo wir im letzten Part aufgehört haben, sondern hier vor der Pokémon Arena von Prismania City. Die hätte ich fast vergessen. Die müssen wir hier nochmal nachholen, bevor wir heute weitergehen können nach Saffronia City. Heute ein Part Pokémon Arena von Prismania City. Leitere Erika. Auf geht's. Der grüne Daumen ist überfragt. He 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 he. Erinnert's toll. Sie ist voller Schanker Trainer. He he he. Erinnert's toll. Sie ist voller Schanker Trainer. Ja, das werden wir sehen. Evoli mit der Feuerattacke. Schauen wir mal, wie stark die Trainer hier wirklich sind. Und die Pflanze. Sieht schon mal sehr toll aus, die Arena. Ich bin gespannt. So, so. Du willst also unsere Arena-Letterin Erika herausfordern? Dann sollst du wissen, dass wir nur Trainer mit niedlichen Pokémon in die Arena von Prismania City lassen. Lass mich doch mal sehen, ob du eines hast. Ein niedliches Pokémon. Pfff. Ja, Pepe auf keinen Fall. Wie wär's denn, Blackie? Ist das ein Evoli? Das ist vielleicht das niedlichste Pokémon aller Zeiten. Darf ich es streicheln? Bitte, 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 bitte. Streichel, drück. Oh, das fühlt sich einfach wunderbar an. Am liebsten würde ich es den ganzen Tag lang streicheln. Ach, ich schätze, du hast die Bedingung erfüllt. Das ist definitiv ein niedliches Pokémon. Dann will ich mal nicht so sein und dich reinlassen. Okay, das Ganze hatte am Anfang noch ein bisschen Sinn, als wir ein bestimmtes Level vorweisen mussten. Mittlerweile muss es nur niedlich sein. Ja gut. Pokémon Arena von Prismania City. Arena-Letterin Erika. Anerkannt Trainer Mordef. Natürlich war der Mordi schon vorher hier. Der ist uns schon ein wenig voraus. Er hat die Arena schon abgeschlossen. Er wird bestimmt nicht allzu schwer. Mit der Feuerattacke von Evoli sind wir den Kämpfen gewappnet. Ja. Okay. Wir können mal die Spaltattacke einsetzen. Spaltattacke einsetzen. Spaltattacke einsetzen. Diesen Stroh könnte man mit einer gezielten Schnitt aus dem Weg runnen. Möchtest du, dass dein Partner die geheime Technik Spaltattacke einsetzt? Aber sofort. Okay. Und da geht es wo lang? Na ja. Erstmal hier hindurch. Durch das Pokémon Labyrinth. Wir wurden noch von keinem Trainer herausgefunden. Ist vielleicht ein Fehler. Aber ja. Und wenn die uns nicht mal ansprechen. Wenn man die einfach so umgehen kann. Und ja, ich war sogar jetzt noch näher an mir dran. Ja. Ein Labyrinth. In dem wir von keinem einzigen Trainer herausgefunden werden. Das fangen von mir aus. Wäre ein bisschen Training wert. Aber hier ein Pokémon Let's Go Evil übrigens. Das fangen eh am meisten. Ich versuche mal das hier. Hier kann man sich schon sehr gut verlaufen. Ich denke, das machen wir auch gerade sehr gut. Das verlaufen. Nein, nicht. Ja. In der Sackgasse. Sehr schön. Okay. Dann vielleicht den Weg. Oder haben wir uns längst komplett verlaufen. Und finden den Weg einfach nicht. Jetzt sind wir auch schon viel früher einen anderen Weg gehen sollen. Ja, mal schauen. Nein, hier sind wir. Da ist Erika. Ja, die erste Trainerin, die wir hier in dieser Arena herausfordern. Okay. Soll es so sein. Hallo. Ist das Wetter nicht einfach herrlich? Ach. Tut das gut. Einfach mal die Seele baumlen lassen. Okay, sie ist so entspannt gewesen, dass sie gleich eingenickt ist. Du meine Güte. Ich muss kurz eingenickt sein. Willkommen. Ich bin die Erika, die Arena-Literin von Prismania City. Meine große Leidenschaft sind Blumengestecker und das Schlafen. Da liegt es auf der Hand, dass ich mich voll und ganz dem Training von Pflanzen-Pogmanen verschrieben habe. Wie bitte? Ach, du möchtest gerne gegen mich antreten? So sei es. Ich werde dir zeigen, aus welchem Holz meine Pokémon geschnitzt sind. Na dann. Erinnern wir an Erika, voll und ich minze drei Pokémon heraus. Tangela. Okay, los, Iwony. Oder Dicti. Auch eine Möglichkeit, auch eine Option. Warum nicht? Schaufler. Versuchen wir es damit. Mal schauen, wie weit wir damit kommen. Ansonsten Evo da. Evo die. Evo da, ja. Solche Versprechen schon am Anfang des Pouts. Naja, der Anfang ist relativ, aber... Ihr wisst, was ich meine. Los, Schaufler. Tu so viel du kannst. Dicti. Oh, jetzt wollen wir den Heils. Was zum Geier. Müssen wir wohl einen One-Hit machen. Schlafpuder. Okay, das ist gar nicht gut. Ach, was soll es kommen. Evo die, du bist an der Reihe. Los, Blackie. Ich wechsle dich ein. Ich wechsle dich ein. Dicti, komm zurück. Blackie, du schaffst das. Na, komm. So. Okay. Ach, die Attacke ist das, die das dann. Oh, der hat aber ziemlich viel abgezogen. Flacker Band. Na komm, mach's alle. Fuck. Ich wechsle dich ein. Da hab ich mir ein bisschen mehr darunter vorgestellt. Das dachte ich mir ein bisschen besser. Ja gut, die Selbstheilung, die ist nervig. Ich wechsle dich ein. Lass das. Lass das. Ich lass das. Selbstheilung, die Attacken sind asozial. Super krank auf Blackie. Brauchen wir hier schon den ersten Pokémon krank. So schaut es aus. Mega sauber. Das ist aber mega effektiv. Holla, die Waldfee. Ja, die Waldfee. Ist hier wirklich gefreut. Stern Tor. Hm, na komm. Das wird hier ein CR Kampf. Ach, das klingt mehr als die Feuerattacke. Fahr, stehe. Herr, stehe. Das ist ständige Aufnahmen. Das ist doch, das ist... Das geht jetzt doch verboten. Das geht doch verboten. Eivoli besiegt. Nein. Ich habe nicht aufgepasst. Da wurde Eivoli besiegt. Ja, jetzt bringen sie die auf. Die Aufheil-Attacke auch nichts. Das Aufheilen. Da wären wir wieder dabei. Es ist spät. Hm. Ja, vielleicht kommen wir doch heute noch weiter. Ein Stückchen. Richtung Saphonia City. Nachverdammt. Verschenkt. Das ist auch eine blöde Neuerung. Das ist auch eine blöde Neuerung. Dass das jetzt geht. Dass man die Sachen immer verschwenden kann. Ja. Ich war gerade ein bisschen geschockt, dass Tangeela sich selbst gerettet hat. Los Flix. Jetzt vielleicht mal ein Beleber an die richtige Stelle einsetzen. Ja. Wasser gegen Pflanze. Obwohl. Ne. Wasser war. Das war schlecht. Pflanze war effektiv gegen Wasser. Feuer gegen Pflanze. So war das. Engbeleber auf. Blecky am besten. Na komm. Blecky hat sich wiedererholt. Zwar noch nicht komplett. Aber ja. Flix wurde besiegt. Das war klar. Dass der das nicht lange aushält. Oh wei. Das ist gleich wieder komplett. Gehält. Pflanzenpuppen. Pflanzenpuppen. Ich weiß ja nicht. Ich sollte auf jeden Fall jetzt mal den Trank nutzen. Den Trank nutzen. Auf Evoli. Der scheiß Controller. Na komm. Damit Evoli wieder komplett geheilt. Sehr gut. Kann man gleich von vorne anfangen. Tangellas ist wieder komplett geheilt. Ich sah es ja schon kommen. Der ewig währende Kampf. Na ja. So lange bis wir besiegt sind. Na komm. Steck. Schlafer den doch mal ein, damit er sich nicht immer selber hält. Verbrennung, das vermeidet, ist das Schlimmste, aber... Ja, meine Güte. Schlaf, Bruder. Na komm. Tangela hat das Klammergriff ein. Warum durften wir ihn noch nicht einsetzen? Na komm. Hat keine Wirkung auf Gegner. Mensch. Gibt's doch nichts. Na komm. Hat das wirklich eine Wirkung? Klammergriff. Yay, Pepe. Was machst du denn? Hat keine Wirkung. Okay. Immerhin setzt keiner den ganzen mehr ein. Ist die AP wahrscheinlich an oder was? Dann Säure vielleicht. Vielleicht bringt das ja was. Wenn Pepe nochmal darf. Na komm. Zack. Ja, das bringt tatsächlich ein bisschen was. Vielleicht kriegen wir das aber noch ein bisschen hin mit Pepe. Nein, es besiegt. Alles klar. Genau. Dann mal die frisch gehaltene Wecky. In den Kampf. Vielleicht kriegen wir das erste Pokémon dann mal endlich besiegt. So. Stern Tor. Das war sehr effektiv. Na komm. Hau rein. Tangela besiegt. Endlich. Da war es nur noch zwei. Da war es nur noch zwei. Die anderen zwei jetzt mal im Kampf. Und die Flora. Das können wir vielleicht mit einer Feuerattacke besiegen. Vielleicht. Vielleicht. Versuchen wir es mal. Flackerband. Das muss doch effektiv sein gegen Käfer und Pflanzen. Ja. Das war gut. Verbrennung. Nice. Jetzt heilt sich bitte du es nicht selbst. Sagte er. Ach. Okay es ist leid hier mit diesen Pflanzen Pokémon die sie selbst teilen können. Nummer 2 besiegt. Na endlich. Nummer 3. Ja damit. Sonst ist der Part gleich noch vorbei. Haben wir den ganzen Part bei der einen Trainerin verbracht. Erika. Na komm. Oh. Das Pepe. Ein Pepe-Klon. Na komm. Ja nice. Das bringt ja viel. Na komm. Na komm. Jetzt macht es sich schon durch die Verbrennung selbst fertig. Nicht ganz. Dann setze ich nochmal. Darf ich nochmal. Einmal Sternschwein. Na komm. Sternschwein. Mach es zu Ende. Und die Gara besiegt. Sehr nice. Dann haben wir die nächsten Arena Orden. Arena Leiterin besiegt. Ich muss meine Niederlage eingestehen. Deine Stärke ist beachtlich. Du gewinnst 5.440 Pokémon Dollar gesiegerecht aus dem Kampf gegen Erika. Die Arena Leiterin von Brisbane City hervor. Yo. Wie es aussieht werde ich dir den Farborden überreichen müssen. Einklatschen mit Evoli. Du erhältst den Farborden von Erika. Haben wir den auch mal gesagt. Jetzt wo du in Besitz des Farbordens bist, werden dir alle Pucken und bis Level 50, die du per Tausch erhalten hast, gehorchen. Dann hätte ich da noch etwas für dich. Hier bitte. Du erhältst TM 53 Mega Sauger von Erika. Das Dreckige. Das können wir den Leuten in der Box lassen. Das brauchen wir nicht. Eine Selbstheideattacke. Mega Sauger. Ist asozial. Denkst du sie einen Punkt mal bei, erhält es die Hälfte der KP, die sie dem Gegner anzieht. Faszinierend, findest du nicht? Ja. Finde ich nicht. Das finde ich gar nicht so gut. Oh. Und dann geht es mit einem Sprung über die Hecke. Dann nach draußen. Alles klar, haben wir die Arenaletteron von Prismanestity besiegt. Haben wir den vierten Arenaletteron bekommen. Na dann. Schnellmanns Pokémon Center. Das Team heilen. Und dann geht es auf den Weg nach Saffronia City. Oder irre ich mich da komplett. Na komm. Pokémon Center. Ab mit dir ins Pokémon Center. Da. Rein da. Das Team heilen. So. Nimm. Und heile die. Heile die Verletzten. Nice. Na dann. Okay. Dann nutzen wir hier gleich mal die Fliegerattacke. Die Fliegerattacke. Evoli. Setz Fliegen ein. Hin bis Ritz nach. Nach Lavandia. Da wollen wir hin. Von dort aus geht es dann weiter nach. Nach City. Ja. Die wundervolle Musik. Route 12. 13 wollte ich schon sagen. 12. Und da wären wir wieder an dem Punkt angekommen. Wo wir den Part beendet hätten. So. Weiter geht es. Oh. Da geht es hoch. Pass mal an. Oh. Ein Ausblick. Du wirfst einen Blick durch das Fernglas. Du kannst den Pogmaturm sehen. Ach was. Kein Bild. Kein. Kein wunderschönes. Screenshotchen. Kein Screenshot. Kein Blick durch den. Keine Animation für den Blick durch den. Ach komm. Controller. Ich will da stehen bleiben. Gucke. Durch. Das. Dings. Na komm. Fernglas gucken. Eine Last hier mit dem. Meinen Joy-Con. Ach dann lass es doch bleiben. Meine Fresse. Eine Last hier mit dem. Let's go Evoli. Dass man den Power Controller nicht spielen kann. Mein geliebtes Pogman ruht jetzt im Pogmaturm. Hier. Nimm dieses TM. Ich brauche es nicht mehr. Ruheort erhalten. Alles klar. Ja. Kannst du den Opa. Der auf Route 12 wohnt. Der hat ein Gedichtnis wie ein Sieb. Tja. Pins und Alzheimer. In diesem Alter kann das schon mal vorkommen. Route 12. Dann finden wir mal den Opa der ein Gedichtnis hat wie ein Sieb. Das hier ist nur ein Angler. Das hier ist nur ein Pogball mit einem Item drin. Schnappen wir es uns. Lock Parfüm. Sehr gut. Oh. Der fordert uns gleich heraus. Das hätte ich nicht gedacht. Immer mit der Ruhe. Das Warten ist auch eine Freude des Anglers. Ich bin aber kein Angler. Angler Florin fordert dich aus mit einem Pogman. Naja gut. Das eine Pogman. Das kriegen wir wohl noch hin. Kapuzi. Los Diktri. Ja jetzt hier auf dem Steg im Wasser. Schaufel einsetzen. Ich weiß ja nicht. Und wird wohl irgendwie gehen. Schaufel. Gräbt sich in das Wasser hinein. Und erträgt. Na komm. Lass es Wunder wirken. Oha. Ja das bin wirklich. Das bin wirklich wahre Wunder. Erde gegen Wasser ist eigentlich nicht wirklich der Traumtyp. Aber ja. Versuchen wir es mal mit Triplette. Den letzten Rest. Zack zack. Das sieht nice aus. Hat gereicht. So. Erfahrungspunkte für Diktri. Und Alpha erreicht Level 22. Angler Florin besiegt. Ups. Hey warte doch. Du wunst 1080 Pogman Dollar. Gehst du dich gleich aus dem Kampf gegen den Angler. Hervor. Du hast drei Pukebälle. Kann man ja gar nichts kaufen. Wenn man nur genug gegen Trainer kämpft. Ja. Kommt man damit auch durch. Jo. Hier vorbei. Sprühdose Schutz. Auch nicht schlecht. Kann man gebrauchen. Hier haben wir eine Hinweistafel. So. Schau mal drauf. Sport Angelzone. Ja Angel haben wir glaube ich noch keiner. Da. Zack. Dann vorbei. Sehr gut. Jetzt haben wir hier so einen Meistertrainer. Eine Relaxung. Im Weg. Ja. So schauts aus. Dann mit einem kleinen Blick auf die Uhr. Würde ich glaube ich mal sagen. Däumchen nach oben. Sonst euch gefallen haben. Lasst dann auch mit Abonnen auf meinem Kanal seht ihr seid. Und ja kein weiteres Video mit dem Zwangfest verpassen wollt. Habts noch eine angenehme fürstliche Zeit. Ja. Man sieht sich im nächsten Part von Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwangfest wieder. Oder in einem anderen Video auf meinem Kanal. Ja. wie auch immer. Machts gut. Bis dahin. Und haut da an. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020